Die Landessynode 2022 ist vorbei. Wir haben alle Kacheln vor den Augen, lange Zoom-Beratungen hinter uns, aber vielleicht geht es Ihnen ja in letzter Zeit genauso. Umsetzen können wir die Beratungen und Beschlüsse nun in live und mit bloßen Händen. Auf in die Tat! Auf unserer Website der IKASUR finden Sie kurze Videos und Beiträge zu den letzten Sitzungen der Synode. Schauen Sie dort gerne vorbei. Wichtige Themen wie Seelsorge und Klimaschutz haben Sie vielleicht in den Übertragungen und Presseteilen der Synode bereits gehört. Auch wir sechs Abgeordneten Ihres Kirchenkreises der Landessynode wollen Sie über unsere Beratungen informieren. Am 2. Februar um 19.30 Uhr bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Corona-bedingt via Zoom-Meeting Bericht über die gefassten Beschlüsse zu geben und Bezugspunkte zu unserem Tun zu nennen. Melden Sie sich dazu gerne bis zum 1. Februar bei der Superintedentur an Sieg und Rhein an. Die Mailadresse finden Sie unter diesem Video.